Musik Hier ist eine Schwarzwälder Schilderuhr zu sehen. Sie hat die Marke Junghans, ist von Junghans gebaut worden, kann man hier mal zeigen. Ist schon ein bisschen abgenutzt, aber man kann es noch erkennen, wenn sie sich jetzt scharf stellen lässt, die Kamera. Aber da stand auf jeden Fall Junghans, steht noch Hans. Auf jeden Fall, ich habe diese Uhr schon was länger hängen. Ich habe diese auf dem Trödelmarkt gekauft, für wirklich sehr wenig Geld. Ich habe die so für 20 Euro bekommen. Und ja, die ist handbemalt, wie man hier schön sehen kann. Noch nichts irgendwie groß abgenutzt. Und der Verkäufer kannte sich gar nicht damit aus, deswegen habe ich sie so günstig bekommen. Der Haken, wie auch immer, gibt es immer einen Haken. Sie läuft halt noch nicht, aber das werde ich ja... Das ist das nächste, was ich mir vornehmen werde, diese Uhr mal zu reparieren, weil sie ist mir wertvoll. Weil dann kann man daraus noch gut Geld machen, wenn man sie verkaufen möchte. Ja, diese Uhr hat einen Schlag auf eine Glocke. Kann man hier oben sehen. Den kann ich ja mal vorführen. Der Schlag funktioniert noch. Schön dezent, aber laut. Ich finde diese Uhren ganz nett. Ich habe eine weitere Uhr gekauft, da mache ich eventuell gleich auch noch ein Video. Ja, ich zeige mal, wenn sie schlägt, die Glocke nimmt. Also wie gesagt, wenn die Uhr repariert ist, werde ich sie noch was hier hängen lassen. Und dann werde ich sie vielleicht verkaufen, wenn ich möchte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.